Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingern in der Gewichtschaft, ich will heute auch schön aussehen. Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingern. Meine Herren, ich würde gerne mit meinen Fingern besprechen, ich bin schlanker. Die Soße! Lass mal, lass mal, ich mach das. Oh, nein, nein, da ist Sahne drin. Die ist für dich? Nur auf die Kartoffeln, bitte. Lass los die Kartoffeln, bitte. Ich Shengrin, bitte.